hallo freunde herzlich willkommen heute haben wir den siebten das heißt die erste woche haben wir geschafft morgen ist eigentlich geht es weiter mit dem zweiten advent wir haben den siebten heute wir öffnen das siebte türchen vom adventskalender aus der degustabox der hinter mir steht riesen kiste wie schon erwähnt ich suche die nummer sieben dann geht es weiter da ist er wir haben was süßes drin und ich bin glücklich dass das nicht ausgelaufen ist ok kann ich auslaufen wir haben heute honig drin von langneser und zwar einmal die flotte biene wildblüten honig und das ist natürlich super das ist richtig cool der riecht fantastisch ich mag honig muss ich ganz ehrlich sagen und das ist genau das richtige für mich zum frühstück coole sache bin ich begeistert bin gespannt was mein kater jeden tag das gleiche er und kisten sind halt eins ja ich bin gespannt was morgen drin ist morgen haben wir den achten der zweite advent geht los und die erste woche haben wir hinter uns gebracht wir starten morgen die zweite woche mit tag nummer acht und türchen nummer acht bis dahin alles gute ciao ciao